Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und falls es Ihnen gefällt und Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie diesen Kanal. Damit unterstützen Sie uns im Moment am meisten. Gerne auch Likes und Kommentare. Heute geht es um das Thema verlogene Aufarbeitung des braunen Sozialismus. Im Zusammenhang mit der Hetzkampagne gegen Hubert Aiwanger kommt die völlige Absurdität der Nazikeule zum Vorschein. Was war passiert? Aiwangers Bruder hatte vor 35 Jahren als Schüler einen Scherzzettel verteilt. Es war ein fiktives Preisausschreiben, in dem man als Preis einen Aufenthalt im Konzentrationslager gewinnen konnte. Die Gewinner werden abgeholt, hieß es am Schluss. Man muss sich dabei in die Lage eines noch unreifen Schülers versetzen. Vermutlich hatte die Klasse einen Ausflug nach Dachau gemacht. Sie hatten gelernt, die Lagerbedingungen waren grausam und die Leute sind da natürlich nicht freiwillig hingezogen, sondern sie wurden eben abgeholt. Der Zettel hat eben diese Eindrücke des Geschichtsunterrichts humorvoll verarbeitet. Man kann darüber streiten, ob diese Art von Humor geschmacklos ist. So weit würde ich noch nicht mal gehen. Ich würde sagen, es ist einfach ein flacher Jugendwitz, mittel originell. Aber der süddeutsche Beobachter, von Klonowski so genannt, in Wirklichkeit heißt sie süddeutsche Zeitung, die machte aus der Sache einen Skandal. Es wurde behauptet, das sei antisemitisch. Was daran antisemitisch sein soll, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Angesprochen werden alle deutschen Religionsgruppen, sind gar kein Thema, werden in dem Zettel überhaupt gar nicht erwähnt. Es wird auch nichts gut geheißen, also es wird nicht jetzt gesagt, dass das was Tolles gewesen wäre, diese Konzentrationslager. Das Preisausschreiben ist ja freiwillig und das ist eben der Witz an dieser Geschichte. Wer ist so doof und macht an einem solchen Preisausschreiben mit? Das ist ja oft so bei Witzen, dass eben irgendwie eine immer eine gewisse Dummheit veralbert wird. Dass die mediale Hetze so groß ist und dass alle Lager, einschließlich derjenigen, die Aiwanger verteidigen, behaupten, dieser Zettel sei menschenverachtend und ähnliche Vokabeln, die in dem Zusammenhang gebraucht werden. Und auch Aiwangers Bruder hat gesagt, würde er nie wieder machen und das waren Fehler und solche Sachen. Nein, der Zettel ist nicht menschenverachtend. Ich sehe das völlig anders. Es ist allenfalls ein schlechter Scherz gewesen. Überhaupt nichts, was man skandalisieren kann. Warum sehe ich das so und warum sehen das andere anders? Die Frage habe ich mir gestellt und bin dann zu einem interessanten Schluss gekommen. Es gibt nämlich zwei völlig unterschiedliche Methoden der Aufarbeitung des braunen Sozialismus. Leider hat sich die total bekloppte Variante durchgesetzt. Im Parteiprogramm der AfD gibt es einen Passus. Dort steht, der Geschichtsunterricht sollte mehr Positives vermitteln. Das ist einer der wenigen Punkte im AfD-Parteiprogramm, bei dem ich anderer Meinung bin oder vielleicht anderer Meinung war. Wir kommen am Schluss noch dazu. Ich persönlich habe den Geschichtsunterricht über die dunkle Zeit als Bereicherung gesehen. Die Erzählung der Verbrechen der braunen Sozialisten haben bei mir ein starkes Mitgefühl ausgelöst. Mitgefühl natürlich mit den Opfern. Das ist natürlich sehr menschlich und eigentlich eine ganz natürliche Reaktion. Ich wollte dann wissen, wie kam es dazu, zu diesen Grausamkeiten? Was hat dazu geführt? Und dann natürlich der unbedingte Wille. So etwas darf nie wieder passieren, was meine politischen Ansichten bis heute hier stark prägt. Aus solchen negativen Epochen kann man eben viel lernen und aus Jubeldingen, irgendwelche Glorifizierungen kann man eben nicht so viel lernen. Björn Höcke hatte einmal in einer Rede bemängelt, dass Deutschland ein solches negatives Denkmal mitten in seine Hauptstadt gepflanzt hat und andere Hauptstädte machen so etwas eben nicht. Andere Hauptstädte haben eben nur so Glorifizierungsdenkmäler von großen Siegen, von großen Herrschern. Das, was Höcke gesagt hatte und wo er auch eine große Medienschelte erfahren hat, war und ist 100 Prozent Parteilinie der AfD. Viele Konservative sehen das so und auch Leute aus anderen Parteien sehen das so. Ich allerdings, wie gesagt, bin anderer Meinung. Ich meine, aus Fehlern lernt man mehr. Und auch die glorreichen Zeiten, die in Denkmälern anderer Hauptstädte dargestellt werden, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich finde also das Denkmal der Schande gut. Und die Verbrechen der Braun und Sozialisten waren eine Schande. Daran besteht doch gar kein Zweifel. In den letzten Jahren und insbesondere während der Corona-Tyrannei bin ich zu dem Schluss gekommen, die Geschichtslehrer in Deutschland haben in Summe total versagt. Die Aufarbeitung der NS-Zeit ist misslungen. Leider. Das ist meine Sicht, die immer etwas anderes ist, weil bei mir die Erziehung in der Schule eine andere war wie bei vielen anderen. Offensichtlich ziehen verschiedene Gruppen aus den dunklen Zeiten jeweils andere Schlüsse. Warum ist das so? Und das ist ein sehr spannendes Thema, auf das ich eigentlich jetzt gestoßen bin. Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Kreisstadt, in der alle katholisch waren, fast alle außer mir. Ich war einer der wenigen Mitglieder der evangelischen Kirche, weil ich eben auch nicht von dort stammte, sondern zugezogen war. Die Umgebung war erzkonservativ, auch die Lehrerschaft, auch meine Lehrer waren fast alle konservative. Die Zeit des Nationalsozialismus war damals zu meiner Schulzeit noch sehr präsent. Es war noch nicht so lange her. Viele waren Mitglieder bei den Nationalsozialisten und diese Partei existierte natürlich nicht mehr, aber die Menschen existierten noch. Sie liefen rum. Ich bin denen begegnet und viele waren hoch angesehen, weil sie eben Geschäftsleute waren. Zum Beispiel Ja, das Kaufhaus, das große Kaufhaus in der Stadt, so erzählte man, gehörte vormals einem Juden, der dann das Land verlassen musste und dann hat der Besitzer eben gewechselt. Die genauen Zusammenhänge kann ich jetzt nicht sagen, aber der Besitzer war vermutlich auch verbändelt mit der Nationalsozialistischen Partei und hat die Situation vielleicht auch ausgenutzt. Und jetzt waren eben die solche reichen Leute auch nach dem Krieg angesehen. Viele Konservative haben eben mitgemacht und nach dem Krieg mussten eben irgendwie alle wieder miteinander auskommen. Und mein Eindruck war, die Reue von dem Ganzen, was passiert, war, war ehrlich. Die Leute haben sich verführt, gefühlt und wollten auch, dass es nie wieder eine solche Zeit gibt. Die Schuld haben die Leute nicht bei sich selbst gesucht oder weniger bei sich selbst, sondern eben beim System. Was wurde gemacht? So hat man sich gefragt. Und wie kann man das in Zukunft verhindern? Und die Lösungen waren eben Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, Rechtsstaat, Ideologiefreiheit und fairer Umgang miteinander. Auch wenn das in der Realität natürlich nicht immer so stattfand. Auch nach dem Krieg gab es natürlich Verlogenheit. Aber der linke Ansatz der Aufarbeitung des Nationalsozialismus war eben ein ganz anderer. Es war weniger die Mittäterperspektive, sondern mehr die Opferperspektive. Man wollte Rache. Man hat gesagt, die Linken, das sind die Guten, weil die wurden ja bekämpft im Nationalsozialismus. Das waren eben die Gegner. Das waren diejenigen, die beim Ermächtigungsgesetz nicht zugestimmt hatten. Und daher wurden alle anderen, Rechte, Liberale, alle sind Faschisten nach deren Definition. Und Faschisten ist gleich Nazis. Also Sozialisten wollte man sie ja nicht nennen, deswegen eben Nazis. Der Sozialismus fängt ja mit S an, müssen ja eigentlich Nazis heißen, aber man hat absichtlich den Begriff Nazis erfunden. Und das sind alles Feinde und die muss man alle vernichten. Natürlich ist das natürlich völlig absurd. Nur weil man nicht Kommunist ist, ist man natürlich noch lange kein brauner Sozialist. Man kann auch gar kein Sozialist sein. Das ist das, was ich sogar empfehle. Ja, Konservative und Liberale haben mitgemacht. Wir erwähnt, haben Schuld auf sich geladen. Nur das Problem waren eben nicht die Richtungen, die Lager, sondern eben die Methoden, die die braunen Sozialisten angewandt hatten. Und wären jetzt die roten Sozialisten an die Macht gekommen, hätten sie eben genau die gleichen Methoden verwendet. Und daher muss man eben die Methoden bekämpfen und nicht die Menschen und nicht politische Richtungen. Und von den Linken werden eben die Methoden der braunen Sozialisten überhaupt nicht kritisiert, weil egal ob rote, braune, grüne oder schwarze Sozialisten, sie wollen alle die gleichen totalitären Methoden anwenden zu ihren eigenen Zwecken. Man möchte eben statt der braunen Diktatur eine rote, grüne oder eine Ampel-Diktatur. Man möchte keinen Rechtsstaat. Man möchte keine Meinungsfreiheit. Man möchte keine Fairness. Man möchte einfach gewinnen. Und der Zweck heiligt alle Mittel. Man hat überhaupt kein Interesse an einer wirklichen Aufarbeitung des braunen Sozialismus. Sie wird nur vorgeschoben, diese Aufarbeitung, um den politischen Gegner zu diskreditieren, um ihn mundtot zu machen, um die Herrschaft an sich zu reißen und um jede Opposition zu bekämpfen, wenn sie an der Macht sind, die Linken. Daher ist das völlig unwichtig, was einer sagt oder was auf einem Scherzzettel steht, den ein Schüler vor 35 Jahren verfasst hat. Wichtig ist nur, dass man damit den politischen Gegner der grünen sozialistischen Ideologie vernichten will. Es ist also nicht entscheidend, was auf dem Zettel steht, sondern wer ihn geschrieben hat, entscheidend ist nur die Person und nicht die Sache. Hätte die Schwester von Annalena Baerbock den gleichen Zettel geschrieben, hätte der süddeutsche Beobachter das mit witzig kommentiert. Linke dürfen eben alles und Rechte dürfen nichts sagen und dürfen nichts schreiben. Das ist die politmediale Vorgabe unserer heutigen Zeit. So schlimm ist es. Im Rechtsstaat, der leider immer mehr erodiert, gilt eigentlich gleiches Recht für alle, ohne Ansehen der Person. Im Linksstaat haben Rechte keine Rechte. Das ist sehr traurig, aber das ist etwas, was einem Angst machen sollte. Kürzlich rückte bei einem 85-jährigen Professor aus Bremen ein schwer bewaffnetes Polizeikommando an mit Schutzwesten und allem Brimborium. Dass bei einem so alten Mann eine solche brachiale Gewalt einen lebensbedrohlichen Schock auslösen kann, das wurde billigend in Kauf genommen vom Linksstaat. Was wurde denn diesem Mann, diesem 85-Jährigen, vorgeworfen? Er hatte während der Corona-Tyrannei die staatlichen Maßnahmen mit der Zeit des braunen Sozialismus verglichen. Warum auch nicht? Jetzt ist er angeklagt wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus. Er gilt jetzt als rechter, in Anführungsstrichen, Staatsfeind. Dabei war der Mann sein Leben lang ein extrem linker, ein bekennender Antifant sogar. Weil er bei der Corona aber von der strengen Linie der linken Kader abwich, gilt er jetzt als rechter. Zumal auch AfD-Leute damit demonstriert haben. Damit ist man eben rechts offen und damit auch vogelfrei. Linke dürfen eben jeden Gegner Nazi nennen. Sie dürfen es nicht nur, sie müssen es sogar und sie machen es ständig. Auch wenn es völlig absurd ist, auch wenn das eben eine extreme Verharmlosung des Nationalsozialismus ist. Nicht Linke, die eben das Gleiche machen, kommen dafür ins Gefängnis. Wie gesagt, der Staat hat bei der Aufarbeitung der Zeit des braunen Sozialismus großflächig versagt. Vielleicht sollte man wirklich diesen Teil der Vergangenheit begraben und überlegen, wie wir in der Gesellschaft zukünftig miteinander umgehen wollen. So wie derzeit geht es auf jeden Fall nicht weiter, führt das Ganze in den gesellschaftlichen Abgrund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.